Die Jäger ist Gott und David mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Part und ich möchte mich auf jeden fall für die kommentare bisher bedanken ich habe jetzt einen kommentarien erwähnt von Akios war es glaube ich und der hat einfach geschrieben dass die Jäger Goethe oder Gott Goethe oder Gott hat er geschrieben ich glaube ich werde den kommentar einblenden müssen also hier hat man auf jeden fall noch eher die chancen dass warte mal sind die pokémon überhaupt geheilt ja da sind die chancen auf jeden fall bei diesem projekt du sollst dich nicht mit dir selber tauschen sondern mit mister green unser neuer encounter nämlich der darf sich jetzt mal beweisen hier ja auf jeden fall war der user Akios ich glaube der kam von neros community auf jeden fall ehre dass du auch bei mir vorbeigeschaut hast und ja lampi digga was hat der denn für nen scheiß namen hier auf jeden fall haben wir elektroshock low kick shockwave shockwave wird paralyser sein und swift keine ahnung was mit swift gemeint ist aber ah volt absorber hat der jetzt fähigkeit ok und der macht einen kufu stra... äh kufu stra... ja genau der macht wahrscheinlich auch noch kufu haha nein natürlich nicht so aber das ist natürlich jetzt nicht so nice besonders wenn es sich jetzt selber trifft die ganze zeit ey auf so einen scheiß habe ich jetzt echt kein bock ah da kommt der mr queen zum einsatz auch wenn ich elektriker mehr aufmerksamkeit jetzt geben wollte weil es nämlich unser neuer encounter war aus dem letzten part falls ihr den nicht gesehen habt dann schaut ihn euch auch an ja an der ja ich kann nicht mehr reden auf jeden fall wird es jetzt level technisch wieder einigermaßen besser sein muss ich jetzt mal behaupten oder spannender sagen wir es lieber so okay normal effektive attacke vielleicht ist es nicht gerade klug ist mit ich bin doch so ein vollpfosten oder wobei mit elektro anzugreifen ist es auch nicht und der verwehrte ich schon wieder ja komm schlag dich noch selbst ich bin so ein idiot eben habe ich schon eine attacke eingesetzt bei der elektroattacken jetzt nicht ganz so gut waren bug bite ja und dann setze ich den scheiß nochmal ein und es hält sich sogar glaube ich genau deswegen ja ja nein Arctos ist das doch oder Arctos never oh tschüss alter wenn das jetzt Arctos ist ich raste aus Arctos einfach tschüss tschüss okay ich glaube es war gut dass ich den Namen von Arctos sag nein ok es macht jetzt ok das war glaube ich weiß nebel oder wie das heißt auf jeden fall trifft uns der Sturm jetzt nicht mehr ok Eisplitter wird das sein ja macht gar keinen schaden und alter Arctos einfach gut dass wir Feuerattacken haben auf King oh und der bekommt jetzt einen richtigen boost hier dadurch dass er gegen Arctos gekämpft hat ja der stand sogar relativ im Hintergrund bei Mr. Green einfach hey Mr. Mr. Green weil Mr. Green einfach seinen Job gemacht hat ja ok ok Poodox da sind wir glaube ich mit Elektriker ganz gut dabei weil da kann er seine Elektrofähigkeit mal zeigen Thunderschock ja das müsste ok das hat jetzt doch sehr sehr wenig gemacht ok wir sollten es vielleicht einmal heilen damit es nicht mehr ganz so schwach jetzt da steht weil ich möchte jetzt nicht durch Betrug verlieren Gast wahrscheinlich wurde es noch falsch ausgesprochen ja wahrscheinlich aber Poodox sollten wir hinbekommen dann mache ich mal einen Low Kick ok macht auch nicht mehr Schaden oh das muss doch die Scheiße sein ähm ich probiere jetzt einfach alles aus Schockwelle müsste das sein ja oh doch nicht aber macht schon mal guten Schaden Schockwelle ist das nicht doch Schockwelle ist das doch bestimmt aber Schockwelle war doch nicht die Attacke die paralysiert hat oder 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 in normalen Fällen paralysiert hat so ja ok 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 das müsste eigentlich Logok sein alter Logok ok da müssen wir eigentlich bei Elektriker bleiben oder weil Mr. Cream wäre in Gefahr King wäre in Gefahr und Elektriker ist eigentlich jetzt auch nicht so gut weil es relativ geschwächt und ja ich gebe ihm einfach noch eine Heilung aber die braucht er jetzt auch weil er ist einfach Energiefokus Energiefokus ist es doch oder ok was machen wir was bringt eigentlich der Attacke Swift aber was was ist das für eine Attacke äh Check Moves Swift ok macht 60 Schaden äh ich schaue jetzt mal wie viel die ganzen Attacken überhaupt an Schaden machen ok ok wenn wir Glück haben wird Schockwelle hier regeln und das Doppelkick nein 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 oh Gott Statik ok er bekommt immerhin die Para aber habt ihr gesehen wieviel Schaden der macht scheiße Digga Thrashwater macht 50 und füllt uns hier komplett wieder auf oh mein Gott alter ok das müsste jetzt nicht so krass gewesen sein aber Alter habt ihr gesehen was der mit drauf hat der hat uns was vernichtet mit seinem neuen Counter da also er stirbt Gott sei Dank dann dem Sturm aber alter Logo hätte mein ganzes Team weil das ja das hätte mein ganzes Team zerstören können Alter wir müssen unser Pokémon dennoch heilen jetzt ich mach das jetzt mal mit den Bären hier und Mr. Green auch noch jawoll Alter habt ihr gesehen wie Mafada 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 Mafaga mäßig das wie ich war ich glaube hier war sogar der Kapador Trainer Star das geht gleich wieder gut los es geht schon wieder gleich gut los Elektriker bekommt hier keine Auszeit Alter Elektrik Junge Starvie das ist eine normale Attacke mach trotzdem einiges an Schorn Digga wir machen jetzt auch mal Swift auf Taylor Swift okay da musst du sagen sorry Leute als ob ich konnte meine Pokémon eigentlich jedes Mal heilen nach dem Kampf ich glaub wir brauchen mehr Heil-Items ich geh aber auch ein bisschen ins Risiko Warte mal hatte der hatte der nicht grad zwei Pokémon oder haben wir gegen zwei Pokémon grad gekämpft ich bin schon total irre im Kopf ich hab echt keine Ahnung mehr von meinem Leben Burn Heal okay das wird wahrscheinlich äh Verbrennungen heilen ähm ich müsste jetzt wirklich jedes Mal zu Highlight-Hems greifen bei Elektriker den will ich so schnell nicht verlieren ich will den ein bisschen hoch heilen ja ja komm ja komm Zweidiger was hast du hä 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 jetzt kommt der so mit jetzt wollte ich schon sagen der kommt dann so mit Archeots oder so Digga das wärs aber alter das sind heute nur gute Pokémon hier ich sag dir das oder ich sag das bisher noch nicht aber es kommen jetzt wirklich krassere Pokémon die uns wirklich in Gefahr bringen und das hätte uns auch in Gefahr bringen können ah der ok was ist das ganz im Ernst ich geh mal auf Mr. Green das klingt irgendwie so nach Pflanze ja weiß ich für mich hört sich das irgendwie an Pflanze joa joa war schon mal nicht falsch denke ich ok ich glaub mit Feuer hätte ich sofort gesiegt aber nachher ist man immer schlauer heißt der immer und dadurch bekommt Mr. Green auch nochmal hier Einsatz ey wer hätte gedacht dass Mr. Green so reinhaut jetzt haut der hier mit die Paralyse dank der Fähigkeit aus ey was ein ein 30er Digga was ein ein 30er ich weiß eigentlich gar nicht warum also ein 30er sagen warum sagt man da nicht und was anderes ach da kommt man nicht da kommt man nicht durch ok ja gut dann kommen wir hier noch nicht durch aber Arctus Logok ich weiß auf jeden Fall warum ich Logok so mag weil es bisher mein Team noch nicht zerfickt hat und das hätte aber auch ohne Highlight-Items ein bisschen anders aussehen können ja ich kann da auch ein bisschen von Glück reden dass er mich nicht zerstört hat und ich dachte der kann mir echt gar nichts stell dir mal vor ich hätte nicht gewusst dass dass der Name von Logok gewesen wäre und hätte gedacht könnten wir ja mal Mr. Green reinmachen hätte ich vielleicht noch nicht gewusst so dass Logok äh Feuertyp hat auch wenn es schon traurig wäre weil es mein Lieblings-Pokémon ist das wäre schon arg traurig gewesen wenn ich dann den Typ nicht weiß so jetzt heil mich bitte ich glaube wir gehen jetzt gleich in die Arena wenn ich wüsste wenn wenn ich wüsste wo die war ich hoffe wir werden keine Probleme in der Arena bekommen weil wir haben ja ein paar Problemchen bekommen ne das ist nicht die Arena das hätte ich gewusst das hätte ich gewusst aber alter Logok Arctos also ich weiß auf jeden Fall jetzt schon welche Pokwale ich ins Fand mit klatsche das wirkte zu irgendwie klickgeil oder so vielleicht für manche aber irgendwie muss ich ja auch auf Merksamkeit machen hier waren wir schon wir können aber auch noch irgendwo im Untergrund der Stadt dann welche Pokémon fangen das weiß ich noch oder war das erst nach der Arena aber ich meine es wäre vor der Arena gewesen hier so ziemlich bei so einem abgelegenen Ort hier wo die Schiffe sind und so aber ich will eigentlich noch gar nicht zur Arena versteht ihr was ich meine ich will lieber noch einen einen Counter bekommen und so so vielleicht haben wir ja hier Glück aber ne da war dann glaube ich so ein Geheimgang oder so ich glaube das habt ihr jetzt auch verstanden dass da ein Geheimgang ist und nicht Donald Trump ey oder war es hier? war es hier sogar? ich weiß es grad nicht ne vielleicht kommt es wirklich erst nach der Arena ja aber hier war auf jeden Fall so ein Gang ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben aber wahrscheinlich werde ich dann schon wieder aufgenommen haben versteht ihr was ich meine? warte mal was sagt denn der Clown? bekommt er da noch was oder? ne nix wichtiges ach wieso geh ich da hin? wieso? ich weiß es echt nicht ey ich weiß es echt nicht hab ich meine Pokémon gehalten? ja hab ich aber ich will definitiv nicht mit Paralyse oder so zur Arena warte mal das ist die Arena? ich bin mir zwar sehr sehr sicher dass es nicht ist ne da geh ich auch jetzt gar nicht rein da geh ich jetzt auch nicht rein da kommt schon ein Fragezeichen auf warum war der da? ich kann es euch sagen weil ich dachte das wäre die scheiß Arena oder ich hab es für einen kurzen Moment gedacht oder waren die hier heim? ja da war das stimmt lass mich bitte durch ach fick dich da hätten wir Pokémon bekommen können da waren hauptsächlich Gift-Pokémon das weiß ich das weiß ich so war das weiter da hinten ich weiß auf jeden Fall dass es rechts irgendwo war aber wo also rechts gelegen bei so einer Straße da ist es da? ne ne niemals oder? oder ist das die Arena? das könnte sogar vom Aufbau aber nein niemals nein das war nie die Arena das war niemals die Arena ja das ist die Statue von Kanto bei Aren aber das ist nicht die Arena klar da könnte mir noch so viel sagen aber das ist halt so ein Aufbau wie in Pokémon X und Y guck mal her warte mal wir brauchen hier eine Sonnenbrille ach wir haben eine TN gebraucht genau gefunden dicker was ist da überhaupt hier muss doch schon was besonderes sein so bekommen wir hier irgendwas ich schätze meinen ein aber ich ich gehe trotzdem mit ein so du siehst aus wie ein reicher Schnöse Digga so oh wir haben eine Kuhmummilch bekommen warte mal bekommen wir hier eventuell noch was ne schade aber wir haben eine Kuhmummilch bekommen das müsste zumindest eine gewesen sein ok Digga alles klar Digga was war denn mit denen los ok muss ich wohl hier hin wenn ich die Arena gleich gefunden habe werde ich den Pfad sowieso wenden hier das ist wahrscheinlich die Arenaleiterin Iris ne das ist das nicht sogar der Champ oder bin ich jetzt total bekifft ok Pokémon Center hieß es ok pfff pfff alter jetzt müssen wir da hinterherlaufen und joa ich hoffe dann kommen wir auch zur Arena tja ne jetzt nicht ach ich würde sagen es geht einfach deinem nächsten Part weiter wenn ich weiß wie es weiter geht dann bis dann und tschau